Hallo Leute, ich bin RonWolf und willkommen zu einer weiteren Folge von Mertisland Cheats. Heute machen wir uns folgendes. Wir werden heute NPC rufen. Ich habe getestet. Das Ganze funktioniert erst ab Nummer 10. Wir werden jetzt 10 und höher machen. Das heißt, ich werde jetzt jeweils vielleicht so 10, 5 bis 10 machen. Wie funktioniert es? NPC 10. Und die Menge werde ich immer 10 machen, damit wir wissen, dass das funktioniert. Das heißt, wir können einem rufen. Wir können gleich jede Menge rufen. Und wir sehen, also die ganzen NPCs sind da. Ja, die sind einfach da. Die killen wir gleich mal. Also das sind jetzt die Nummer 10. Die NPCs sind 10. So. So, da sind noch welche. So, gut. Jetzt gehen wir weiter. Und machen 11. NPC. 11. 10. Oh je. Da sind alle. Da sind alle jetzt die hier. Hopp. 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 Guck mal, ja. Da sind die Nummer 11. Wir machen heute entweder bis 15 bzw. 5 oder 10. Okay. So. So. Das waren jetzt die Nummer 11. Äh. Jetzt machen wir nochmal. Ähm. Ja. NPC. Die können sie natürlich auch aufschlagen. 12. 10. Tada. Da sind die Nummer 12. Ja. Da sind die Nummer 12. Oh. Dann habe ich wohl sehr sehr stark getroffen. So. Guck mal her. Guck mal her. Guck mal her, ihr kleinen Pisser. Mach ich doch alle. Ihr könnt mir nichts anhaben. Ich bin viel zu stark für euch. So. Das waren die Nummer 12. Ne. Die 11 waren ja diese Riesenbabys. Diese hier. Der hat wohl überlebt. Jetzt nicht mehr. Ähm. So. Das waren die 12. Jetzt kommen wir zu Nummer 13. NPC. 13. 10. Gibt es hier jemanden? Nein. 13. Ihr seid keine 13. Da könnt ihr mir nichts erzählen. Ihr seid nur vorbeigelaufen. Daher gelaufen. Also. Nochmal. Ich teste nur. NPC. 13. 10. Also. Ich sehe hier niemanden. Machen wir weiter. Wir machen bis 20. Weil die. Ähm. Manche funktionieren nicht. Oh. Falscher Knopf. NPC. 14. 10. 10. Das hat funktioniert. Ok. Nochmal. NPC. 15. 10. Yep. Das hat funktioniert. Das sind alle. NPCs, zählen wir sie alle, töten, töten, können natürlich jetzt K.O. schlagen, so will ich aber nicht machen. Das sind jetzt die 15. So, jetzt machen wir 16. NPC, 16, 10. Hat nicht funktioniert, oder? Moment. Naja. Okay. NPC, 16, 10. Hat nicht funktioniert, 17, 17, 10. Oh ja. Da, da sind diese hier. Die würde ich gerne haben, um ehrlich zu sein. Also da sind sehr, sehr starke NPCs. Normalerweise, wenn man sie trainiert. Ja. Ähm. Sind verschiedene. Nix da. Und die haben wir noch nicht eingetroffen. Außer diesen GI. Also, aber da sind keine GI. Da sind, ähm. Einfach größere Gegner. Ja. Die sind sehr stark. Kann man die ganze Armee davon machen. Ja. Und die haben einfach Essen und so weiter. Also, die haben keine so spezielle. Also, 17. Das ist die Nummer 17. Ja, wir können sie K.O. schlagen und so. Ja, das wisst ihr. So, jetzt machen wir NPC. 18. Wir machen bis 20. Und dann machen wir weiter. NPC. Ich habe ja gesagt, das wird so sein, dass wir bis 18. 10. Das sind jetzt die Obis. Ja. Obis. Au. Na komm, kill ihn doch. So. Na. Hier. Dann da. Dann hier. So, ich habe eine. Da läuft einer noch. Da läuft noch einer. So. Ja, wir haben die ganze. Ähm. Wir haben die ganze. Ähm. Ne Strand volle Leichen. So. 18. Ähm. Da läuft noch einer. Der atmet noch. So. 18. Jetzt NPC. 19. BC. 19. 10. Okay. So, das sind jetzt die Omis. Ähm. Die zu killen kann ich einfach nicht. Aber ich muss. Ach was. Sind ja nur Pixel. Kill sie alle. Ja. So. Das waren die Obis. Jetzt kommen die Omis. Da sind die 18. Da sind die 18. So. Jetzt kommen wir zu 19. Und die C. 19. 10. Das waren die 19. Ne. Ja. Okay. Dann kommen die 20. Die 18. Dann waren die Opis. Ne. Ja. Sorry Leute. Zu ähm. Den gleichen. Aber okay. Dann werden Omis zweimal leiden müssen. Ich hoffe in mich Steine zu werfen. Ich hoffe in mich Steine zu werfen. Komm. Hallo. Omis. Woher kommen die alle. So. Da sind noch zwei. So. So. Jetzt aber den 20. Den letzten. Und PC. 20. 10. Oh ja. Das sind jetzt die Beeren. Ähm. Jetzt kann ich so viel Fleisch haben. Weil die geben eigentlich Fleisch und Leder. So. Und wo sind die? Der Rest. Da ist der. Der Rest. So. Da sind jetzt die 20. Oh. Rocket Katana. Das ist aber kein Problem. Ähm. Das ist jetzt kein Problem. Da machen wir. Ähm. Ähm. Get. BP. Katana. 0.1. 1. So. Jetzt haben wir. Ähm. Ähm. Okay. Wo ist jetzt meine Katana hin? Moment. Ich glaube ich hab falsch. Get. Okay. Nicht die Katana. Gep. Okay. Katana. Ich glaube ich kann ihm bloß nur ähm. Fäust besiegen. 0.1. 1. So jetzt habe ich sie wieder. Bumm. Und Bumm. Also das waren eigentlich von 10 bis 20. Ja. Also das ist okay. Ja die können wir gleich mal mit. Mit. So das können wir mal mit killen. Die bringen uns noch mehr von denen. Und weil die habe ich also. Ja. Gegrillte Fleisch ist immer gut. So. Auf jeden Fall Leute. Das war von 10. Da lebt noch einer. Das können wir nicht zulassen. Und der sollte schon. Bisschen dran. Äh. Dran glauben. Ähm. Ich habe von 10 bis 20. Damit wir nächste Folge von 20 bis 30 machen können. Es ist eben so. Damit ich mir besser merken kann. Ja. Hier. die hätte ich gerne als Team. Die hätte ich gerne als Team. Ne. Das hätte ich schon gerne. Ja. Ja. Volle Leichen. Ja. Ein Strand voller Leichen. Das hört sich nach einem Horrorfilm an. Strand voller Leichen. Also. Ich habe hier 80 Fleisch. Okay. Bitteschön. so. Ja. Leute. Vielen Dank für's Zuschauen. Ähm. Ich hoffe euch hat's gefallen. Wenn ihr wisst was zu tun ist. Also die nächste Folge kommen NPCs von 20 abwärts. Und ähm. Ja. So. Ich hoffe euch hat's gefallen. Wenn ihr wisst was zu tun ist Leute. Bis zum nächsten Mal. Oral und Wolf. Haut rein Leute. Ciao.